Heute starten wir in den neuesten Grundlagenkurs. Dieser wird definitiv nicht komplett unkontrovers und genau deshalb gibt es heute ein Einleitungsvideo, eine Introduction, wenn man so will, damit wir Grundlegendes zum Videokurs geklärt haben und ihr wisst, wie man die Videos auch richtig verwendet. Let's go! Im Grundlagenkurs Klettern Grundlagenkurs geht es ums, naja, Klettern halt. Seit einiger Zeit schmiede ich an Plänen, die Kletterwelt in Videoform darzustellen und hatte bisher immer das Problem, dass ich nicht wusste, welcher Teilbereich denn so richtig auf diesem Kanal und dieser Grundlagenreihe eigentlich Platz hat. Dazu kommt, dass Klettern Grundlagenkurs eine doch sehr weitläufige Bezeichnung ist, die aber in den meisten Fällen völlig unterschiedliche Dinge meint. Da gibt es das Hallenklettern, dann gibt es das Sportklettern, das Altinklettern, das Bouldern, das Fettklettern, das Technoklettern und so weiter. Jetzt werden manche von euch sagen, ja, dann unterteilt das doch vernünftig in einzelne Kurse mit eigenen Namen, sonst wird das Ganze ja komplett unübersichtlich. Und ja, das Problem sehe ich auch, aber die Lösung dafür, die verrate ich euch gleich noch. Für viele von euch ist vermutlich auch dieser Übergang vom Wandern und leichten Kraxeln im zweiten Grad oder so hin zum Bergsteigen mit Seil, also über den dritten Grad hinaus, interessant. Diese Schwierigkeitsgrade sind kraftmäßig für die meisten von euch nämlich auch locker machbar. Daher wird es auch hier ein paar Episoden dazu geben, wie man sich im leichten und vielleicht etwas unübersichtlicheren Gelände fortbewegt und sicher auch über schwierigere Grate oder Wege auf die Berge kommt, die man sich halt schon mal lange in den Kopf gesetzt hat. Es wird also nicht nur um hartes Klettern für äußerst sportliche Athleten gehen, sondern wir bringen da einen gesunden Mix rein, aber dazu auch gleich nochmal mehr. Der Kletterngrundlagenkurs hat nämlich ein großes Problem. Wir sprechen hier nicht mehr nur von Tipps und Tricks fürs Bergsteigen, wir sprechen hier nicht mehr nur von reinen Erklärungen und Ideen für ein besseres oder verständlicheres Erlebnis in den Bergen. Wir sprechen hier von dem Risiko zu sterben, wenn etwas nicht korrekt umgesetzt wird. Das bedeutet zweierlei. Zum einen, wenn ihr euch in der Ausführung der gezeigten Techniken und Tipps nicht sicher seid, dann lasst nochmal einen erfahreneren Kletterer drüber schauen. Grundsätzlich sind Theorie und Praxis immer zwei eigene Welten und nicht alle von uns können die Theorie schnell und einfach in die Praxis verwandeln, sondern brauchen ein wachsames Auge, ein geschultes Auge und viele Übungstouren oder viele Übungsstunden. Deshalb hier ein Leitfarben. Betrachtet diesen Grundlagenkurs zum einen als einen ersten Ansatz, um schnell und sicher die Abläufe, Handgriffe und Techniken bei den einzelnen Themengebieten lernen und üben zu können. Außerdem kann man den Grundlagenkurs als klassische Nachhilfe und eine, wie war das nochmal, Lektüre betrachten. Ich sage es aber auch ganz klar vorweg. Ich kann euch nicht davon abhalten, die Inhalte ohne Vorwissen oder ohne qualifizierten Partner auf eigene Faust einfach umzusetzen. Hiermit kommen wir aber auch zu einem der wichtigsten Disclaimer. Ihr seid grundsätzlich immer für euch eure Handlungen und die Konsequenzen verantwortlich. Die Videos werden immer so produziert, dass sie unmissverständlich sind. Aber zum einen unterlaufen auch mir mal Fehler in Formulierungen oder Erklärungen, weil ich eben auch einfach nur ein Mensch bin. Zum anderen sind die Idee und die Umsetzung immer noch zwei Paar Schuhe und viele Dinge brauchen einfach Übung, Erfahrung und Zeit. Und diese Punkte, die kann weder ich noch ein Bergführer oder der Bruder oder die Schwester euch abnehmen. Und genau hier passieren eben auch Fehler. Was ihr aus diesen Videos letztlich macht, das kann ich an keiner Stelle beeinflussen. Ich werde euch bestmöglich nach meinem Erfahrungsschatz, nach der offiziellen Lehrmeinung, nach alternativen Methoden, auch nach anderen Lehrmeinungen versuchen, im Prinzip einfach nur weiterzubilden. Auch weil auf YouTube sehr viele Videos mit sehr viel weniger Aufmerksamkeit auf den Punkt Sicherheit und Verantwortung kursieren, die zum Teil wirklich für schauderhafte Momente beim Zuschauen sorgen und man hier vielleicht eine Art Gegengewicht darstellen könnte. Womit wir zu der Frage kommen, was ist der Klettern Grundlagenkurs eigentlich oder besser gesagt, für wen ist er eigentlich geeignet? Da es so viele Unterscheidungen beim Klettern gibt, wäre es blöd für jede Disziplin eigene Formate zu starten, weil sich vieles eben auch überschneidet. Dann ständig zu sagen, für das eine Thema schaut doch bitte in dieser Playlist, in diese Reihe, dieses Video, für dieses und jenes bitte das Video aus diesem Format und so weiter. Das ist einfach nicht praktikabel, weder für euch noch für mich. Deshalb ein großes Format, welches sich vermutlich über mehrere Monate hinziehen wird. Dabei geht es zuerst um die Themen, die uns alle betreffen. Die Alpinkletterer, die Sportkletterer, die Halmkletterer und die Treadkletterer. Also wir schauen uns passende Ausrüstung, richtiges Equipment, das Sichern, Sicherungstechnik, Fels und Co. an. Erst später, wenn alle Basics behandelt wurden, gehen wir über zu den spezifischeren Teilen, wie dem Legen von Klemmkeilen, dem Standbau ohne Haken oder auch der Absicherungsmöglichkeit in alpinen Touren im leichteren Gelände. Unterm Strich ist das Ziel also folgendes. Am Ende dieser Videoreihe möchte ich, dass alle, die als Wanderer und Bergsteiger einfach schon genug gesehen haben und auch mal neue Dinge ausprobieren wollen, einen guten Einblick und Lehrinhalte bekommen. Ob es dann für euch letztlich in die Kletterhalle geht, an schweres Sportklettern am Fels oder an völlig selbstständig abgesicherte Touren irgendwo in Patagonien, das bleibt dann euch überlassen. Meine Aufgabe wird es sein, all diese Wege und Pläne gleichermaßen hiermit vorzubereiten. Damit ihr aber trotzdem einen guten Überblick auch in 20 Wochen noch habt, werde ich euch verschiedene Playlists einrichten. Diese sind eingeteilt in Hallenklettern, Sportklettern, Mehrseillenklettern, Alpinklettern, Threadclimbing und leichter Fels. Mit leichter Fels ist in diesem Fall der Übergang vom klassischen Bergsteigen hin zum Bergsteigen mit Seil- und Sicherungsmittel gemeint. Dieses Klettern im leichten Fels bewegt sich aber vor allem auf einem Level, das in der Regel auch mit Bergschuhen, also bis zum vierten Grad, geklettert wird. All diese Playlists enthalten über die Zeit nicht alle Videos, da für das Hallenklettern, das Legen von mobilen Sicherungsmitteln beispielsweise vollkommen irrelevant ist. Jedoch werden die Basic-Videos, die alle Disziplinen brauchen, auch wirklich in allen Playlists vorkommen. Somit müsst ihr euch abseits der neuesten Videos am Kanal selber immer nur die Playlists eures Vertrauens aufschlagen, um nur Videos zu dem für euch relevanten Thema zu finden. Ich hoffe, diese Organisation funktioniert für mich und für euch und ihr habt eine Freude dabei. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, welche Disziplin euch sehr interessiert. Das kann selbstverständlich dafür sorgen, dass manche Videos, wenn sie sehr begehrt sind, vorgezogen werden, beziehungsweise eben die Disziplinen eher angegangen werden. Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, dass es im Winter für den Klettern-Grundlagenkurs eine kleine Winterpause geben wird, in der dann das Thema Lawinensicherheit, Bergsteigen im Winter und Bergsteigen mit Schneeschuhen einen Platz bekommen soll. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, freue mich natürlich auf euren Input zu den Themen, die euch am meisten interessieren. Und wir sehen uns dann am Freitag schon wieder mit einem neuen Test und dementsprechend einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.